Benedikt, die Lisa war letztens so zickig zu mir, ehrlich gesagt, habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, ich kündige die Freundschaft. Okay, du sagst also, dass die Lisa mal wieder zickig zu dir war und du da echt keinen Bock mehr drauf hast und dass du jetzt deswegen überlegst, auch die Freundschaft zu kündigen. Stopp, 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 das ist nicht die Art von aktivem Zuhören, die du in Gespräche verwenden solltest. Im Gegenteil, wenn du das nutzt, dann werden deine Gespräche wahrscheinlich sogar noch langweiliger und die Spannung eher im Sande versickern und da wir das nicht wollen, werde ich dir in diesem Video eine konkrete Technik mitgeben, die du für deine Gespräche nutzen kannst, sei es ein erstes Kennenlernen, ein Gespräch mit einem Freund oder einer Freundin oder bei einem ersten Date. Das kannst du für dich nutzen, das ist an sich eine Technik von Therapeuten, die ich dir aber in diesem Video ganz alltagstauglich für dich erklären werde. Damit herzlich willkommen, ich bin Benedikt Held, Kommunikationstrainer und Gründer der Redefabrik und begrüße dich ganz herzlich hier bei Deutschlands größter Plattform zum Thema Kommunikationspsychologie und Charisma. Wie lautet denn diese Technik? Die Technik ist von Carl Rogers, einem Psychologen und Psychotherapeuten, erfunden oder quasi herausgearbeitet worden und heißt aktives Zuhören. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja Benedikt, das ist doch genau das, was wir da am Anfang gehört haben. Na, nicht wirklich. Die meisten Leute verbinden mit aktivem Zuhören, falls sie es überhaupt schon mal gehört haben. Ich höre zu, paraphrasiere dann, was die andere Person gesagt hat und dann stelle ich vielleicht noch eine Frage. Das ist es aber tatsächlich nicht ganz. Das kannst du dir eher so wie im Sport vorstellen, wenn du Tischtennis zum Beispiel spielst, dass du dann einfach den Ball, der kommt, so ein bisschen leicht zurückmachst. Das ist okay, aber es ist auch irgendwie ein bisschen langweilig, weil sich dann vielleicht der andere Spieler denkt, jo, also da, was weiß ich, ist die Person nur so halbherzig dabei und ich kann auch nicht wirklich was von der Person lernen. Das ist also das, was du nicht tun solltest und die Art und Weise, wie die meisten es tatsächlich machen. Wie solltest du denn dieses wirklich gute, tiefgehende, aktive Zuhören verwenden? Dazu gibt es ein paar Punkte. Erstens, Klappe halten. Ich sage es so deutlich, während die andere Person redet. Halt einfach den Mund. Wirklich, ich empfehle es dir sehr, einfach mal zuzuhören. Und das meine ich jetzt nicht nur während die andere Person redet, sondern auch tatsächlich 1-2 Sekunden danach. Warum? Oft ist es so, dass die andere Person redet, wir schon ganz tolle Ideen haben, wie wir da jetzt einhaken können, aber das sollten wir nicht tun. Im Gegenteil, gibt der anderen Person Zeit und Raum, weiterhin ausreden zu lassen, dann wird vielleicht automatisch noch etwas weiteres kommen. Wenn du nach 1-2 Sekunden die andere Person nichts mehr sagst, dann kannst du wieder einsteigen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt und zwar Paraphrasieren. Paraphrasieren ist eine Möglichkeit, das Gesagte in gewisser Weise zu wiederholen. Du kannst entweder die exakt gleichen Worte verwenden, wie die andere Person, also wie ich das am Anfang des Videos gemacht habe, mit so einem Beispiel wie, ah okay, also deine Freundin, die war da sehr zickig und du möchtest da jetzt auch die Freundschaft beenden. Das kannst du tatsächlich nutzen. Warum? Warum? Weil die gleichen Wörter gar nicht mal so wie bei einem Papagei irgendwie nervig klingen. Im Gegenteil, es wird sogar mehr Verbundenheit und mehr Verständnis erzeugen. Warum? Unter einem Wort, zickig, verstehe die andere Person vielleicht was anderes als ich drunter. Wenn ich jetzt toll irgendwie was anderes interpretiere. Ah, die andere Person war etwas wütend zu dir oder war etwas unsympathisch für dich. Dann sagt sie vielleicht, nein, nein, sie war zickig. Also teilweise kannst du wirklich einfach die Worte der anderen Person eins zu eins so kopieren. Dann wäre es das Paraphrasieren. Das kannst du gerade am Anfang von Gesprächen durchaus ganz gut machen. Eine andere Möglichkeit wäre, nicht zu paraphrasieren mit den gleichen Worten, das könnte man auch verbales Spiegel nennen, sondern zu paraphrasieren, indem wir es leicht ändern. Also sowas zu sagen wie, ah, okay, also das war echt blöd da, mit deiner Freundin dich zu unterhalten und das war auch schon das Öftere und so. Also jetzt das, was die andere Person gesagt hat, nehme ich, aber ich verändere es etwas, formuliere es in meinen eigenen Worten, so verstehe ich tatsächlich auch noch besser, was die andere Person damit meint. Weil dann kann sie sagen, ja, genau. Oder sie kann sagen, nee, nee, so habe ich das gar nicht gemeint, denn Punkt, Punkt, Punkt. Also das sind verschiedene Möglichkeiten des zweiten Punkts und zwar paraphrasieren. Und dann kommt der dritte Punkt, den nenne ich tiefer gehen. Stell dir vor, du bist beim Tischtennismatch. Da kannst du langsam und langweilig die Bälle einfach zurückspielen. Das ist das Paraphrasieren. Das ist vielleicht zum Reinkommen ganz nett, aber an sich möchte ich ja jemanden haben, der wirklich noch etwas Spannendes mit reinbringt. Also selbst neue Schläge macht, selbst mehr Abwechslung reinbringt. Und das ist genau das, was jetzt dieser dritte Punkt, und zwar tiefer gehen, beinhaltet. Tiefer gehen bedeutet für mich, dass du sowohl dich hineinfühlst in die andere Person, also empathisch schaust, okay, wie fühlst du dich mit der Situation. Und dann in dieser Empathie vielleicht einen Schritt tiefer gehst. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Ich habe letztens mit einem sehr guten Freund geredet und der hat gesagt, wow, letztes Wochenende war eins der fantastischsten Wochenende für mich. Weil dort gab es so verschiedene Atemübungen und haben ja auch Kakao-Zeremonien gemacht und wir hatten eine unglaubliche Verbundenheit in dieser Gruppe. Jetzt könnte ich das einfach wiederholen oder ich gehe einen Schritt tiefer und sage, wow, das klingt unglaublich. Klingt auch so, als hättest du da ganz viel Liebe und Verbundenheit auch in so einem Kreis gespürt mit Leuten, die du vielleicht vorher noch gar nicht kanntest und da auch gespürt, wie schnell du mit anderen Menschen in Kontakt kommen kannst. Und auch diese Kakao-Zeremonien, ich glaube, das hebt uns raus aus dem Natürlichen und Alltäglichen, was wir sonst erleben. Du hast gemerkt, ich habe jetzt nicht nur wiederholt, was die andere Person gesagt hat, sondern ich habe in gewisser Weise auch meine Interpretationen über ihre innere Gefühlswelt mit hineingegeben. Konkret gesagt bedeutet das, dass du diese Emotionen, also nicht nur das, was außen ist, ob die Freundin jetzt zickig war oder ob die Kakao-Zeremonie da war oder was auch immer, sondern du jetzt nach innen gehst, wie die andere Person sich dabei gefühlt hat, was sie dabei gedacht hat, welche Interpretationen da waren. Das ist genau das, was du verwenden solltest im dritten Punkt des Tiefergehens. Jetzt kannst du aber tatsächlich noch eine Stufe tiefer gehen. Das passt aber trotzdem für mich zu dieser dritten Phase. Und zwar anstatt, dass du einfach nur das wiederholst oder auch das vertiefst, was die andere Person gesagt hat. Bedeutet tiefer gehen, auch für mich, dass du vielleicht noch etwas selbst von dir hineinbringst. Wichtig, das jetzt nicht auf eine blöde Art und Weise machen. Es gibt manchmal diese Situation, wo dann eine Person sagt, ja, ich war dann letzte Woche eben, wie gesagt, bei diesen Kakao-Zeremonien. Oh, super cool, dass du das sagst. Das habe ich auch schon mal von einer Freundin gehört. Die war damals in Sri Lanka und... Dann denkst du dir, oh nee, darum geht es nicht. Also nicht einfach dein Zeug reinwerfen. Das ist es nicht. Was kann ich dir allerdings empfehlen? Du kannst zum Beispiel in so einer Situation dann sagen, okay, wow, ich glaube, das ist auch ein unglaubliches Erlebnis, oder? Sich so schnell mit anderen Menschen verbinden zu können. Ich denke mir das tatsächlich manchmal, dass wir im Kern irgendwie sehr ähnlich sind und uns nach dem Gleichen sehen, dass wir alle gute Freunde haben wollen, gute Verbindungen haben wollen und uns einfach unglaublich wohlfühlen. Und deswegen finde ich es einfach toll, wenn das so schnell passieren kann. Und vielleicht können wir das ja auch auf andere Situationen übertragen, wo wir vielleicht selbst den ersten Schritt machen können und damit anderen Menschen ermöglichen können, dass sie sich auch tiefer mit uns verbinden können. Auch wenn es vielleicht mal keine Kakao-Zeremonie gibt. Du hast gemerkt, ich bin jetzt hier noch viel tiefer gegangen. Ich habe Dinge berichtet, die vielleicht für mich wichtig sind, über meine Werte geredet. Aber trotzdem, es war immer in der Verbindung mit der anderen Person. Dazu kann ich dir auch die von uns in der Redefabrik DID genannte Technik empfehlen. Dazu habe ich schon mal ein Video auf dem YouTube-Kanal gemacht. Das ist die Du-Ich-Du-Technik. Wenn dich das interessiert, dann klicke gerne jetzt hier. Und wenn du generell mehr Videos zum Thema Kommunikationspsychologie und Charisma haben möchtest, dann abonniere auch gerne den Kanal. Jetzt empfehle ich dir aber eins. Schau dir noch mal das kommende Beispiel an, wie denn diese konkrete Situation vom Anfang gut hätte ausgehen können. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und viel kommunikativen Erfolg. Benedikt, die Lisa war letztens so zickig zu mir. Ehrlich gesagt habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, ich kündige die Freundschaft. Oh Mann, das kann ich gut verstehen. Also gerade bei deiner besten Freundin, der Lisa, dass sie sich jetzt schon zum wiederholten Mal einfach so behandelt ist. Ja, kann ich verstehen, dass du es echt super unschön findest. Und ja, auch deswegen überlegst, ob das überhaupt was mit der Freundschaft langfristig ist. Weil das ist es ja auch oft, was wir uns in Freundschaften erhoffen. So ein wirkliches tiefes Maß an Vertrauen und Verständnis, an einem respektvollen Umgang auch miteinander. Und ja, dass sie das dir nicht zeigt, das kann ich verstehen, dass du es echt blöd findest. Und ja, keine Ahnung, irgendwie glaube ich trotzdem manchmal, dass wir, vielleicht weil wir generell schlecht drauf sind, weil wir einen schlechten Tag hatten oder so, einfach vielleicht auch unüberlegt irgendwie Dinge sagen oder Dinge tun, die andere dann vielleicht auch wirklich verletzen. Aber wir haben es vielleicht gar nicht so gemeint. Ich glaube, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Hat wahrscheinlich jeder schon mal so einen Moment. Und manchmal ist es so, dass das Band der Freundschaft dann auch Stärke hält. Aber es kommt natürlich darauf an. Musst du natürlich auch mit ihr besprechen. War das jetzt schon öfter so? Und denkst du, dass sie das auch extra macht? Oder würdest du sagen, dass, wenn du da mit ihr mal drüber sprichst, dass sie es vielleicht auch gar nicht so wollte und ein klärendes Gespräch da vielleicht eine gute Lösung bringen würde? Wie siehst du das? Nutze solche Techniken natürlich zum Positiven, um gut Gespräche zu verstärken. Wenn es dich weiterhin interessiert, dann abonniere gerne die Rede Fabrik. Und wir sehen uns bei kommenden Sohn. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.